Hey Leute auf YouTube, willkommen hier im Livestream. Heute machen wir etwas, danke fürs Follow, ganz verrücktes eigentlich, weil ich sehe Leute auf YouTube, Twitch, scheißegal wo, immer nur Sachen auspacken. Sie packen alten Gamebows, alten Gamebows Color, Advanced oder sie packen Spiele aus, danke Nico. Aber was ich heute mache ist einpacken. Ich mache genau das Kehrfährte. Ich packe ein. Warum? Ich habe so viele teure alte Gamebowspiele hier rumliegen und die müssen geschützt werden. Und ich habe mir so geile Plastikfolien besorgt. Ich zeige es euch mal. Flup. So geile Plastikfolien, die man selbst falten muss und war sogar eine Schutzhülle drüber ist. Also dass der Folie auch nichts passiert, bla bla bla. Und die ist gar nicht mal so leicht zu bekommen. Habe ich glaube ich aus England importieren müssen. Und damit kann man eben seine Kartons schützen. Denn das Problem ist, bei alten Gameboy-Spielen, oh Gott diese Folie, bei alten Gameboy-Spielen, was man heutzutage nicht mehr als Problem hat, ist, dass sie aus Karton waren. Aus Pappe, Leute. Plupp. Super Mario AdWords ist aus Pappe. Das ist alles Papier. Und ihr seht, das wird schnell dreckig, wird schnell im Arsch, ist auch schon uralt, ne. Aber das muss man irgendwie schützen. Und leider kann man solche Sachen am besten schützen durch beschissenes Plastik. Bei den neumotischen Nintendo 3DS Games haben sie ja daraus gelernt, ne. Die sind in Plastik, da kann nicht viel passieren, außer dass halt das Plastik zerkratzt. Und auch deshalb werde ich die auch schützen, sozusagen. Da gibt es nicht auch eigene Folien. Das habe ich sie ja bei Monster Hunter gemacht habe. Da falterst du dir deine Folie, sozusagen. Plupp. Und kannst das Spiel einfach reinschieben und dann ist es geschützt, ne. Ich glaube, ihr seht alles irgendwie, ich fliege mir mit der Webcam. Er braucht ja nicht scharf schalten bei Monster Hunter 3. Wow. Und ja, es gibt auch Schutzhüllen. Schutzhüllen, was für ein geiles Wort. Und da kann man die einpacken und dann kann nichts mehr passieren. Aber wie gesagt, es ist, glaube ich, sehr ungewöhnlich, dass Leute Sachen einpacken auf Twitch oder YouTube, statt Sachen auszupacken. Aber die alten Sachen müssen einfach geschützt werden. Und deshalb gibt es eben diese geilen Folien, die habe ich auf Ebay besorgt, aus England, wie gesagt. Und dann ist zum Beispiel mein Pokémon Gelbe Edition, die ich als Kind geliebt habe, geschützt. Und wir fangen auch direkt an mit meinem Super Mario Advance Spiel. Das ist das einzige Advance Spiel, was wir heute einpacken werden. Ja, ich packe einen statt aus. Es ist einfach mal, ja. Leute, wir packen Game Boy Advance ein. Habe ich damit gute Erinnerungen? Auf jeden Fall. Es war jetzt nicht das beste Super Mario Spiel, Kamera. Es war jetzt nicht das beste Super Mario Spiel, aber es war ganz okay. Und ich finde, der Allen deshalb hat es schon so eine Schutzhülle verdient und bekommt auch eine Schutzhülle von mir. Und weil es auch das einzige Advance Spiel ist, was ich heute einpacken werde, Leute. Ein richtig geiles, gutes, oldschool Mario Advance. Habt ihr es gespielt? Habt ihr es gemocht? Hört es gerne mal in den YouTube-Kommentaren bzw. im Chat, wenn die Leute es wieder checken. Leute, haut es mal rein. Habt ihr das Spiel gespielt? Habt ihr es nicht gespielt? Ich fand es ziemlich geil, aber es gab Besseres. Was man auch nicht vergessen darf. Einzelne Spiele. Zum Beispiel diese Pokémon Blattgrüne Version. Das ist nur das Spiel. Da ist keine Hülle drumherum. Da ist gar nichts. Das kostet einfach mal 30 Euro. Also es gibt schon auch wertvolle Spiele. In der... Wie soll ich sagen? Wie soll ich sagen? Es gibt auch wertvolle Spiele in den guten alten Zeiten, die auch ohne Hülle was wert sind. Weil man kann es noch spielen. Man braucht es für gewisse Games. Und es sind auch die kleinen Spiele hier. Auch wenn sie jetzt irgendwie... Oh Gott. Keine Hülle haben. Komm hier rein. Keine Hülle haben. Trotzdem was wert. So wie das erste Super Mario Land. Was jetzt auch noch immer so um die 18 Euro kostet. Nur das scheiß Spielchen. Ist nicht schlecht. Kann man machen. Genauso wie Harvest Moon. Oder die Gremlins. Die guten alten Gameboys. Das einzige, was bei solchen alten Gameboys spielen das Problem ist. Zum Beispiel Gremlins. Das ist mega uralt. Und da wird auf jeden Fall der Speicher nicht mehr funktionieren. Die alten Spiele gehen kaum kaputt. Überhaupt kein Problem. Aber da drin ist eine Batterie. Die muss man austauschen. Wenn man die Batterie austauscht, dann kann man auch wieder speichern. Aber das ist leider so ein Problem bei den alten Gameboy Games. Das ist aber jetzt nicht so ein großes Problem. Solange die Spiele laufen, ist es egal, ob die Batterie leer ist. Aber ich wollte noch mitteilen, dass die kleinen auch etwas wert sind. Übrigens war es Super Mario. Hinten kostet auch noch einmal fucking 40 Euro. Ist jetzt nicht so teuer wie der Neupreis damals. Also es ist keine Wertanlage gewesen. Aber trotzdem. Ja. War schon geil. War schon geil. Aber. Ich packe jetzt erstmal noch meine 3DS Game-Serie ein, die ich noch übrig habe. Guckt bitte nicht auf das mittlere Spiel. Das ist nur was ab 18. Das Problem ist, das sage ich jetzt einfach im Video hier. Man muss die ganzen Folien erstmal falten. Und das ist gar nicht so einfach. Auf jeden Fall. Wo war ich? Ich habe keine Ahnung, wo ich war. Auf jeden Fall auch neue Games werden natürlich bei mir geschützt. In so geilen Hüllen wie Pokémon Y. Habt ihr Pokémon Y gezockt? Habt ihr Pokémon Y gezockt? Ich fand es jetzt nicht so krass gut, bin ich ehrlich. Vielleicht, wenn es überarbeitet wird mit irgendeiner Mod oder einem Rom-Hack oder irgendwas. Alles fällt hier um. Ich röte mich weg. Dann vielleicht. Aber sonst. Ich glaube, das haut mich nicht so um. So, aber auch jetzt mein Pokémon Y ist perfekt eingeschützt in Plastik. Heißt, es ist spritzgeschützt, kratzergeschützt und kann... Spritzwassergeschützt, würde ich sagen. Geschützt und so weiter. Da kann jetzt nichts mehr passieren. Auch Pokémon Y haben eingestellt, eingepackt. Falls Leute das interessiert, das ist gerade eher so ein 30 Euro Game. Kann man noch billig bekommen. Ich würde euch sogar sagen, wenn ihr ein bisschen sagt wollt, yo, bis wir sie investieren, wird nicht schaden. XY, das kann noch was wert werden. Da kann noch was wert werden. Monster Hunter ist schwer zu sagen, ob da noch was draus wird. Und dann haben wir noch zwei Special Games. Erstmal das hier. Das ist eigentlich, ich bin ehrlich, das ist kein gutes Game. Kennt das irgendjemand von euch? Das ist eigentlich kein gutes Game. Aber ihr könnt es wahrscheinlich schon an Artweger kennen und so weiter. Es ist ein seltenes Game, weil sowas wird selten gekauft. Es wird einfach selten gekauft. Kannst du mal umdrehen. Es ist alles zensiert, Twitch, keine Panik hier. Es ist ein Fighting Game, aber lest mal, was da draufsteht. Lest mal, was da draufsteht, bitte. Aber bei uns nicht so bekannt und deshalb selten auf Deutsch. Das bekommst du so ab 40 Euro, wenn du Glück hast, überhaupt. Und es ist geil, sowas zu haben. Aber es ist nicht irgendwie verdammt lustig. Aber ja, war jetzt nicht so ein geiles Game. Ich habe es nicht viel gespielt. Aber weil es eben so selten ist und so weiter, bekommt es auch eine Hülle von mir. Aber ja, es ist mehr so ein Fun Game. Es gibt halt oft Spiele, das darf man nicht vergessen. Auch das nächste Spiel. Es gibt oft Spiele, die werden einfach selten verkauft. Bedeutet auch, sie sind automatisch selten. Wie ist das hier? Jetzt mal ehrlich, Leute. Wer von euch geht zum Saturn Mediamarkt oder so und kauft sich das Game? Wenige, oder? Jetzt mal ernsthaft. Wenige. Und deshalb sind diese Spiele recht rar. Wie findet man übrigens raus, wie ein Spiel selten ist und was es eigentlich kostet, wenn du es zu Hause mal selbst wissen willst? Du gehst ganz einfach auf Ebay. Gibst da den Namen ein von dem Spiel, was wir gerade zum Beispiel hatten. Das hier. So, zack. Dann siehst du mal die ganzen blöden Angebote. Kamera. Die nichts zu sagen haben. Was jemand haben will, das interessiert keinen. Du gehst auf Filter und was verkauft wurde, genau das interessiert nämlich. Dann siehst du so im Schnitt um die 35 Euro das Spiel plus 10 Euro Versand. Also um die 45 Euro ist das Spiel derzeit wert. Und so kannst du es mit jedem Game machen. Aber immer nur auf die Verkauften gucken. Letztes Mal verkauft, 27.05. Für den Preis, mit Versand dazu rechnen natürlich, weil das musst du ja auch zahlen. Und fertig. Dann weißt du immer, was deine Spiele wert sind. Ist auf Ebay eine ganz gute Anhaltsquelle sozusagen. Aber immer nur die Sachen, die verkauft wurden. Nicht, was die Leute haben wollen. Weil da kann ich auch 1000 Euro reinschreiben. Einmal so ein kleiner Pro-Tip von mir, damit ihr aber da Bescheid wisst. Und jetzt haben wir noch ein Spiel. Das ist ziemlich arschteuer. Müsste derzeit so um die 70 Euro sein. Und das ist Shin Megami. Shin Megami ist einer der besten Spielehersteller meiner Meinung nach. Es ist so geil, was der macht. Das ist so wie... Es ist ein bisschen wie Pokémon. Ein bisschen wie Persona. Es geht nämlich darum, die generischen Monster zu überzeugen, bei dir zu bleiben und für dich zu kämpfen. Du kannst die bestechten und so weiter. Ist ein richtig geiles Game. Also ich kann euch nur empfehlen, alle Shin Megami Tensei Teile, egal ob auf der Playstation oder auf dem Game Boy, die sind mega geil. Und die sind auch mega gefragt. Atlus ist auch eine super Marke. Und solche Games sind immer teuer, immer gefragt. Heute dreht sich alles hier im Retro-Stream sozusagen. Retro-Einpack-Stream. Retro-Einpack-Video. Um neue Spiele. Äh, um Game Boy-Spiele wollte ich sagen. Um Game Boy-Spiele. Und im nächsten Teil, im nächsten YouTube-Video, im nächsten Livestream, ähm, werden wir dann, oh Gott, an den Super Nintendo uns ranwagen. Und an den Nintendo. Dann wird es noch einen Livestream geben für Playstation 1, 2, 3 Spiele. Da werde ich ganz wichtige Infos für euch raushauen, vor allem für Playstation 3 Spiele. Also auch das hier, schön eingepackt, ist nun geschützt vor Kratzer und allem. Mein 70 Euro Shin Megami Devil Samana. Ja, mehr geil. Und ich kann es natürlich jetzt raus holen und spielen, ne? Ist ja kein Problem. Jetzt aber, Leute, gehen wir rein in die Oldschool-Sachen. Wie zum Beispiel Game Boy Color. Game Boy Color, Leute. Da fängt die Scheiße an. Das ist eines meiner, unter Anführungszeichen, günstigsten Game Boy-Spiele, die trotzdem einen Wert haben. Ich fange mit den günstigsten an. Und am Ende, wer so lange dran bleibt, dem werden ein bisschen die Augen rausfallen, was ich hier für Game Boy-Spiele rumliegen habe. Jedes Game Boy und Game Boy Color Spiel in der fucking Original-Verpackung, kann es auch mal zeigen, kurz, in der Original-Verpackung mit Anleitung und dem Spiel darin ist meistens so um die 20 Euro wert. Mindestens 10 Euro. Also verkauft bloß nie ein verpacktes, schönes, altes Spiel unter Wert, Leute, ne? Ihr müsst da wirklich aufpassen. Es gibt nämlich leider überall nur noch diese Schnäppchenjäger, die zum Beispiel alle Pokémon-Spiele aufkaufen, die sie finden und auf Ebay teuer verkaufen. Wie eben zum Beispiel Pokémon Blackgrün. Da müsst ihr echt aufpassen, ne? Da müsst ihr echt aufpassen. Aber insgesamt, mal so ein kleiner Spoiler. In diesem Video, in diesem Stream. Es klingt komisch, aber ich packe heute ein über 1.000 Euro. Einpacken. Nicht auspacken. Es ist ein komplett komisches Video. Wenn man Shadowcat Classic auf den Game Boy Color mit dem geilen Holo-Effekt, habe ich nie viel gespielt. Ist nicht so mein Lieblingsspiel. Wenn du auf YouTube das meinst, das war geil, habe ich gespielt. Hau es mir gerne in meine Kommentare. Meins war es nicht. Aber auch das ist nun schön geschützt. Der Karton, dem kann nichts passieren. Sieht aus wie neu. Und freut mich sehr, sowas in meiner Sammlung zu haben. Weil, ihr müsst verstehen, ich habe diese Games nicht jetzt gekauft. Das ist schon ein bisschen mehr am Arsch. Ihr seht es um. Ich habe die Games ja nicht jetzt gekauft oder so, um sie als Wertanlage zu haben, so wie viele andere das machen. Sondern das ist einfach meine Kindheit. Pitfall. Ja, aber so ein Jump'n'Run ist jetzt nichts Besonderes. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen. Sieht man das? Ah, die Spiegelung gefällt ihm gar nicht. Es sitzt ein Rapid irgendwo dahinter. Wenn man jetzt nur so ein Jump'n'Run, so ein bisschen am Jungle natürlich, wie es draufsteht. Ist nicht schlecht, gibt aber auch bessere Spiele. Trotzdem, auch das ist natürlich jetzt schön geschützt bei mir. Dann geht es weiter mit einem richtig alten Spiel. Ich glaube, das seht ihr an der Verpackung schon. Die Verpackung ist ein bisschen im Arsch, aber es ist die Originalverpackung. Leute, guckt euch das Bild mal an, bitte. Guckt euch mal an, wie scheiß alt das ist. Es ist ein Jump'n'Run mit Bosskämpfen, wie ihr seht. Hier ist eine Katze zum Beispiel. Was für mich immer wichtig ist, Made in Japan. Und aus dem fucking Jahr, sieht man das? 1993 Webcam. Ja, 1993 ist hier ein bisschen beklebt und so weiter. Ist ein bisschen nervig. Trotzdem egal, denn es ist die Originalhülle und das zählt. Vor allem im Regal stellt man sich es ja so rein als Sammler. Und dann ist es dann egal, wie sieht es hinten aus, in Anführungszeichen. Hauptsache Anleitung und Spiel ist drin. War jetzt nicht das beste Spiel, bin ich ehrlich. Und da habe ich auch nicht viel gespielt. Aber es war halt damals, es war damals so, das war die Ära der Secondhand-Spiele-Läden. So wie GameStop zum Beispiel, der ja auch bald nicht mehr da sein wird, denke ich. Die Secondhand-Spiele-Läden waren halt damals im Boom. Da hat man halt sowas für kleines Geld bekommen. 300 Shilling sind so um die 20 Uhr, glaube ich. Und ja, es ist halt nicht das beste Game, aber es ist halt für Sammler sehr interessant, weil halt selten. Weil, mal ehrlich, hättest du es im Laden gekauft? Hättest du es im Laden gekauft? Ich nicht. Aber mein kleines Rabbit-Ich hat es gekauft. Dann etwas, was ihr alle kennt. Das Pokémon Trading Card Game. Oh, das war geil. Das war so geil, Leute. Das war so geil. Seid mir ehrlich. Ey, ich habe das so gefeiert. Ich habe das so gefeiert. Alles gut, Leute, Pokémon Trading Card Game. Ah, das war so geil. Guckt mal hier oben das Artwerk. Komm, Kamerad, du schaffst das. Das Turtok und das Glurak. Ah, ist das schön. Das waren noch Zeiten, Leute. Du hast auch mit dem Pokémon Printer, wie wenn man Daumen rechts am Sehen ausdrucken kann. Ah, Gott. Aus dem Jahr 98 oder 2000? Ich weiß gar nicht mehr. Das war ein richtig geiles Game. Ah, da erinnert mich gerne zurück. Das Pokémon Trading Card Game war echt geil. Das war echt geil. Früher hat man das Spiel noch sehr billig gekauft, am Flohmarkt natürlich, weil es ist ja auch ein fucking Flohmarkt. Heutzutage kannst du das alles vergessen. Das Internet hat das ein bisschen kaputt gemacht, bin ich ehrlich. Und es gibt ja auch gigantisch große YouTuber, die eben darüber berichten, wie teuer solche Sachen sind. Ah, guckt mal, bitte. Wie schön das jetzt in dem Leiter Plastik, ah, wie schön das jetzt eingepackt ist. Es sieht aus wie neu jetzt, oder? Es sieht jetzt einfach aus wie neu und dem kann nichts mehr passieren. Ah, das war ein geiles Game, Leute. Das war ein geiles Game. Was einem halt niemand bezahlen kann, ist eben die Nostalgie, die Erinnerung, die man hat an diese Games. Aber das war einfach wunderschön. Einfach wunderschön, Leute. Und ja, der Preisschnitt ist noch drauf, ist mir komplett egal. Auch das in Schilling noch. Aber ja, das war eine geile Zeit. Und jetzt kommen wir zu drei roten Games. Und das ist so, wie soll ich sagen, ich stelle es mir dahin und erkläre nebenbei, während ich die Hülle falte. Wario Land, Leute, kennt, glaube ich, jeder. Das war so das Gegenstück zu Supermala, natürlich. Es war geil, es war geil. Das sind die guten alten Classic-Zeiten. Und was das Problem bei diesem Spiel ist und warum es jetzt nicht so wertvoll ist, wie es sein sollte, weil es Pokémon, ah, weil es Nintendo Classic ist. Und Nintendo Classic, die Classic-Serie, ihr seht den roten Karton, die gibt es jetzt noch heutzutage. Es gibt ja jetzt noch Switch-Spiele mit so roten Karton und so weiter. Das sind einfach, ja, nochmal nachgedruckte, nachge... wie soll ich sagen, nachproduzierte Spiele, die natürlich die gleichen Spiele sind, aber neu verpackt und deshalb auch günstiger und blablabla. Trotzdem ist Wario Land noch immer ein 40-Euro-Spiel in dieser Edition. In anderen wäre es so ein 60-70-Spiel. 60-70-Euro-Spiel. Natürlich seht ihr eine Oldschool, aber auch auf den Game Boy Color. Game Boy Color natürlich auch in Farbe. What the fuck? What the fuck? Aber oben seht ihr Oldschool-Vario mit seinem Helm. Ah, ich hab's geliebt. Es war ein geiles Game. Ich bin ehrlich, es war ein geiles Game. Es hat echt Spaß gemacht. Aber wie gesagt, es ist nicht so krass wertvoll, weil eben in dieser roten Edition, die es auch heutzutage, wie gesagt, noch gibt, als Switch und so weiter, in der Classic-Serie, trotz des ein geiles Game, wertvolles Game und ihr sagt ja, ich sag's immer wieder jetzt, mit dieser Hülle wirkt es direkt wie neu, direkt wertvoller. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr auch wie ich so krass viele Retro-Games rumliegen habt und das werdet, ihr sehen noch in den nächsten 2-3 Streams, die ich machen werde, dass in nächster Zeit, das wird noch ein bisschen dauern, nächstes Mal packt mir ein Playstation 1 ein und so weiter, aber da wird noch viel auf euch zukommen, Leute. Da wird noch viel auf euch zukommen. Das nächste Spiel in dieser roten Edition ist Donkey Kong Land 2. Auch hier wieder mit Aufkleber drauf, scheißegal, lass dich eher drauf. Auch wieder Classic-Serie von Rare, die gibt's so leider nicht mehr, richtig geiles Entwicklungsstudio. Donkey Kong Land 2 war auch so ein Klassiker, es war auch so ein Klassiker einfach. Ah, das waren schöne Zeiten, ich hab heute so viel Retro-Feeling hier. Und es hat trotzdem Spaß gemacht, weil es war ja auch natürlich wie ein Jump'n'Run, wie Super Mario, wie Wario und trotzdessen ein richtig geiles Game. Ihr seht schon, ich muss meine Spiele vor mir selbst schützen. Ich mach da alles noch kaputt, gar nicht. Und es ist trotzdem ein geiles Game gewesen, auch mit den zwei Kongs, man konnte ja unterschiedliche Kongs spielen. Es war nicht schlecht, es war ein gutes, auf jeden Fall ein sehr gutes Donkey Kong, kann man nicht drüber meckern. Nun, die dritte rote Box, und zwar Super Mario Land 2. Und deshalb einpacken. Aber wir seht hier, die Grafik ist natürlich Kamera, der Oberhammer. Kamera! Sie schafft es nicht. Ah, jetzt. Die Grafik ist nicht der Oberhammer, ihr kennt die einzelnen Pixel. Ihr könnt die Pixel essen, Leute. Aber trotzdessen ein richtig geiles Game gewesen. Jetzt kann man das auch noch spielen, also es wäre kein Problem. Und auch gar nicht mal so, wie soll ich sagen, es wäre schön, das Spiel jetzt einfach in meinen Game Boy einzulegen und zu spielen. Es würde funktionieren, es läuft ja alles, kein Problem. Game Boy ist ja richtig, ähm, was man sagen, stabil. Aber ob es noch so Spaß macht, wie damals? Ich denke für mich, ja, aber für den jetzt, zum Beispiel, zehnjährigen, der wird sich denken, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Aber für mich, geiles Game. Jetzt kommen wir zu, einem 60 Euro Spiel, und zwar, nein, falsches Spiel. Moment, das war, wo ist mein River King? 50 Euro wieder, genau. Legend of River King. Man denkt sich wahrscheinlich, da muss ich ein bisschen was erzählen, man denkt sich, what the fuck, ein Angelspiel, bist du mich verarschen? Das war eins meiner Lieblingsspiele. Ich glaube, da habe ich fast die meiste Zeit drin versenkt, nach den Rollenspielen, die auch noch kommen werden, nach den Rollenspielen, war das das Spiel, wo ich am meisten Zeit versenkt habe. Das ist nämlich nicht nur einfach ein Spiel, wo man fischt, natürlich, ihr seht, auch in Farbe und bunt, du hast sogar ein eigenes Aquarium, ich habe es geliebt, ich habe es so geliebt. Du hast ein eigenes Aquarium, mit den Fischen, die du fängst, und kannst sie verkaufen, bla bla bla, aber was im Game halt geil war, es heißt ja auch, The Legend of River King, und wenn da steht The Legend, dann weiß man schon, also wenn da steht Legend, dann weiß man schon, yo, das ist ein Rollenspiel, und das war es auch, es war ein Rollenspiel, und es war so geil, es war so geil. Kann ich nur empfehlen, Legend of River King, ich glaube, da gab es auch mal einen zweiten Teil, habe ich aber nie gespielt, bin ich ehrlich, ich hatte nur den ersten Teil, aber den habe ich, oh Gott, unzählige Stunden gesuchtet, und auch der sieht jetzt, dank der Hülle aus, wie neu, wie fucking neu, und ja, man sieht schon, ist typisch Japan, bla bla bla, aber das war so ein richtig geiles Game, weiß man welches Jahr das war, ich gucke mal kurz, 99, aus dem Jahr 99, sieht man jetzt wieder beschissen, wenn man unter dem Milchstitz, 19,99, richtig geiles Game, leider 50 Euro wert, wenn man es billig bekommt, wenn es einem reicht zum Beispiel, einfach nur das Spiel zu spielen, dann würde ich euch immer raten, kauft nur das Modul, ne, kauft nur das Modul, kauft euch niemals eine verpackte Version, wenn ihr wirklich nur das Spiel spielen wollt, ne, ähm, es wird immer spannender, es wird immer teurer, by the way, ne, wer mitgerechnet hat, weiß, wir sind schon bei ein paar Euro, ähm, jetzt kommt R-Type, ich glaube, das ist eines der bekanntesten Spiele rein, im Bereich der, was soll man sagen, heißt das denn, mit dem Sidescroll, Raumschiff abschießen, also du fliegst von links nach rechts, die ganze Zeit, Sidescrolling halt, und ballerst halt Raumschiffe ab, bekommst neue Fähigkeiten, da gibt es auch immer wieder neue Spiele davon, ähm, die gibt es, also nicht das ist Original sozusagen, da gibt es immer mehr Spiele davon, die Reihe lebt noch immer, die Reihe ist noch immer nicht tot, und deshalb ist R-Type natürlich auch sehr beliebt, auf dem Gameplay ist ein 60-ohr-Spiel, wie gesagt, in dieser Verpackung, mit Anleitung, R-Type, wie gesagt, war ein Ballerspiel einfach nur, von links nach rechts fliegen, aber allein der Name schon, löst bei vielen Leuten, die eben damit aufgewachsen sind, das Gefühl aus von Retro, sie haben mega Bock drauf, und sie wollen jetzt sofort zocken, kann ich verstehen, auch das Spiel kann man jetzt noch ohne Probleme spielen, richtig geiles Game, hat mega Spaß gemacht, aber war aber mega schwer, das sind Spiele, die einfach nur fucking schwer sind, aber es lohnt sich, man lernt das Game immer besser kennen, ist so quasi das frühe Dark Souls, aber ein richtig geiles Game, und auch das ist sehr, sehr beliebt noch, und deswegen auch 60 Euro wert, mit der Box natürlich, was ich, ich glaube nach Pokémon, am allermeisten gespielt habe, am allermeisten Leute, nach Pokémon, das müsst ihr euch vorstellen, und ich warte jetzt noch immer, auf eine Fortsetzung, ich will verdammt nochmal, eine neue Version, von dem Spiel haben, und zwar, Dragon Quest Monsters, ich will ein neues, Dragon Quest Serie, geht ja ständig weiter, wissen wir, Teil 11, 12, 13, 15, 16, bla bla bla, es geht immer weiter, aber die Monsters Serie, hat aufgehört, es gab natürlich, Dragon Quest, Dragon Quest Jokers, für Nintendo DS, für 3DS, bla bla bla, alles schön und gut, aber dann war es das leider, Dragon Quest Monsters, war für mich, das beste Rollenspiel, nach Pokémon, ich habe es so gesuchtet, du konntest natürlich, mit deinen Monstern kämpfen, wie im Pokémon, du konntest sie aber, auch paaren und züchten, um verschiedene Monster, zu bekommen, und nicht wie im Pokémon, einfach die zwei Brüten, um das gleiche einzubekommen, ne 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 ne, da kamen andere Monster raus, es waren 200 verschiedene, könnt ihr ein bisschen lesen, es war der Oberhammer, es war ohne Scheiß für mich, es war für mich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, besser als Pokémon, hat er nicht gesagt, doch, 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 und ich wünsche mir sehr, dass das mal fortgesetzt wird, Dragon Quest Monsters ist einfach der Oberhammer, Leute, woher ich das Ganze habe, was ich heute hier einpacke, und euch zeige, habe ich selbst gekauft, in meiner Kindheit, nichts davon, habe ich gekauft, jetzt, oder vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor zehn Jahren, sondern alles wirklich, damals, als ich Kind war, Leute, Dragon Quest Monsters, ich kann es nur je ans Herz legen, und ich wünsche mir nichts mehr, als ein Remake von dem Spiel, beziehungsweise einen neuen Teil, ganz ehrlich, ich wünsche mir nichts mehr, ich will das haben, und ja, ich habe als Kind gut aufgepasst auf meine Sachen, ich habe noch die Original Schachtel von Game Boy und so weiter, ich war als Kind zum Glück, sehr, sehr, nett zu meinen Sachen, so wie ich meine Pokémon Karten sah, aber das ist schon, Dragon Quest Monsters, merkt es euch, schreibt es euch auf, das wollt ihr haben, kann ich auch sehr, sehr empfehlen, aber leider noch teurer, und zwar, Azure Dreams, oder Azure Dreams, wie ich immer es genannt habe, 80 Euro Spiel, mit Schachtel, mit Anleitung, mit Spiel, das war auch der Oberhammer, das waren noch die Zeiten, wo Pokémon am Höchststand war, natürlich ist jetzt Pokémon auch noch beliebt, versteht mich nicht falsch, ne, und, aber Leute, Dragon Quest Monsters, Azure Dreams, und noch viele weitere Spiele, die wir sehen werden, auf meiner Playstation 1 dann, im nächsten Stream, mache ich das nächste Mal, was ich mache, Playstation 1, Playstation 2 und so weiter, ging es ja auch mit dem Rollenspiel weiter, mit diesem ganzen Pokémon sozusagen, Azure Dreams, war auch mega geil, auch da musste man Pokémon fangen, das Ganze war ein bisschen anders gespielt, es ist schwer zu erklären, ähm, du hast dich so auf so Feldern fortbewegt, und hast eher so gekämpft, im Style von, Pokémon Mystery Dungeon, kann man eher das beschreiben, glaube ich, aber auch da, siehst du natürlich, dein Monster, du hast es kombinieren können, du hast es entwickeln können, und so weiter, und so weiter, es war einfach der Oberhammer, also Azure Dreams, verstehe ich voll und ganz, warum das so teuer ist, weil es ist einfach der Oberhammer, um zu verstehen, was das halt für ein geiles Feeling war, und so weiter, um das Ganze ein bisschen zu verstehen, ich glaube, da muss man ein bisschen aufgewachsen sein damit, und übrigens auch von Konami, das sollte ich schon alles sagen, von fucking Konami, das sind Marken, die haben seit Ewigkeiten überlebt, steht da ein Datum drauf wenigstens? 2000, 2000, aus dem Jahr 2000, fucking 20 Jahre alt, halte ich da gerade in der Hand, und es ist unbeschädigt, es ist wunderschön, und ich bin stolz auf mich, dass ich damals so brav war, einfach nur geil, es ist so schön, Leute, es ist so schön, Azure Dreams und Dragon Quest Monsters, wie gesagt, kann ich nur empfehlen, ich kann es nur empfehlen, Leute, spielt die Spiele irgendwie nach, wie ihr könnt, wie auch immer, zu den beiden Verbündeten, sozusagen, von Pikachu hier oben, Pikachu habe ich schon vor dem Stream eingepackt, Pikachu, die gelbe Edition, war meine dritte Edition natürlich, war ja nicht die erste, das ist derzeit um die 70 Euro wert, habe ich ja schon gesagt, aber, wir gehen mal chronologisch vor, okay, das war meine dritte Pokémon Version, meine zweite Pokémon Version, war Pokémon Blau, hoppla, hast du dich umgefallen, Pokémon Blau, war meine zweite Version, ja, ich hatte alle, okay, die blaue Version ist derzeit, auch so um die 70 Euro wert, genau wie die gelbe, aber nur mit Originalverpackung, und dem Summer, der Anleitung, plus dem Modul natürlich, das waren Zeiten, Leute, ich kann es noch immer nicht glauben, dass ich als Kind so gut drauf aufgepasst habe, das ist schon geil, das ist schon geil, aber damals als Kind, yo, gönnt man sich auf jeden Fall so eine schöne Hülle, damit es aussieht wie neu, Pokémon Blau, gehört natürlich auch dazu, zu den Highlights, wie Pokémon Gelb, habt ihr stehen, naja, schwer, steh es mal oben hin so, aber, jetzt kommen wir zur dritten Version, das war meine allererste Pokémon Version, überhaupt, und zwar, die rote Edition, und bei der roten Edition, wird es schon ein bisschen kritischer, es ist natürlich immer, ich erkläre es, während ich die Hülle zusammenbaue, er dürfte eine Sache nicht verstehen, sagen wir es so, jetzt im Juni, ist dein Spiel, ist jetzt egal, irgendein random Fantasiespiel, dein Spiel ist jetzt im Juni 400 Euro wert, und du wirst es gern verkaufen, dann musst du A, erst mal Glück haben, dass du jemanden findest, der es in der Zeit jetzt haben will, dann musst du jemanden finden, der bereit ist, so viel Geld auszugeben, und dann, musst du Glück haben mit der Konkurrenz, also es ist immer schwer zu sagen, wie viel man ein Spiel verkaufen kann, und so weiter, um wie viel, einen Wert zu finden, ist aber leicht, habe ich euch am Anfang gezeigt, mit Ebay, mit verkauften Spielen, aber der Markt schwankt natürlich, je nachdem, haben die Leute gerade, es klingt jetzt blöd vielleicht, aber ohne Scheiß, haben die Leute gerade jetzt Weihnachtsgeld bekommen, suchen sie ein Weihnachtsgeschenk, so wie dieses Jahr, sind sie vielleicht nicht in den Urlaub gefahren, und wollen ihr Geld jetzt anders ausgeben, dann werden sie das Spiel jetzt eher kaufen, für einen gewissen Preis, also die rote Edition von Pokémon, ist derzeit so um die 150 Euro, ist die teuerste Version, warum? Clorak, aber das war die erste Edition von mir, die rote Edition, mit dem Falken Clorak, leider das Preisschild drauf, da kann man noch nie was dagegen tun, ich würde es drauf lassen, ich könnte es vielleicht entfernen, mit Kleberentferner, wird aber schwierig, weil, alles Karton, ne, nicht vergessen, aber die rote Edition war meine erste, und ich war mega stolz damals drauf, es war so geil, ich habe sie auch in meinem Super Nintendo gespielt, da gab es so ein Modul, was du in den Super Nintendo reinstecken kannst, dann kannst du noch Spiele drauf spielen, und Gameboy spiele, und das war mega geil, aber ja, das ist ein fucking teures Spiel, das würde ich euch nicht raten, irgendwie jetzt noch zu kaufen, als Investition, auf keinen Fall, auch so ist es eigentlich viel zu teuer, ah, da ist auch ein bisschen abgehend, dingst schon, es ist nicht empfehlenswert, das jetzt zu kaufen, ganz ehrlich, das Modul alleine, wenn man spielen will, ja, das kann man sich immer gönnen, auch das Modul alleine kostet halt schon viel Geld, die rote Edition ist einfach zu beliebt, wegen dem Clorak, das Clorak ist einfach zu, ja, jeder will es haben, deshalb ist das Clorak auch das teuerste, und, Turtok und Pikachu nicht so teuer, es sieht übrigens mehr geil aus, wenn man seine 3 Pokémon Edition, wunderschön verpackt hat, ah, ich bin so stolz auf mich, dass das Kind so brav war, es ist so, ja, es ist riskant, es wäre ein Lie, genau, aber das andere, was ich euch in Zukunft zeigen werde, ist überhaupt nicht riskant, aber das ist nicht heute das Thema, auf jeden Fall, meine 3 Pokémon Edition sind für mich, ein riesen Highlight, aber, jetzt nicht die wertvollsten Spiele, die ich habe, das ist jetzt zwar ein bisschen günstiger, als das Clorak, es ist keine 150 Euro, aber ich wollte mal kurz, alle 3 Editionen euch zeigen, aber, jetzt kommen wir zu einem Spiel, was keiner von euch kennt, oder, wer kennt's, wer kennt's, wer kennt's, ja, ich fand's jetzt nicht so geil, bin ich ehrlich, aber es ist ein Spiel, was nicht wirklich häufig existiert, und schon gar nicht in der Originalverpackung, mit Anleitung spielt, bla bla bla, deshalb ist es auch, gerade ein Humboldt-Oberspiel, jetzt gerade ein Humboldt-Oberspiel, kann sich ändern, und ihr müsst auch bedenken, je mehr Leute, ihre Schachtel zerstören, umso wertvoller wird es, aber, auf jeden Fall, Castellian, ist das Spiel, wie gesagt, du rennst um den Turm herum, sozusagen, hier ist der Turm, hier ist der Turm, ihr seht es, und du gehst im Kreis herum, um den Turm, immer höher und höher und höher, und das ist das Sinn vom Spiel, Juhu, ihr könnt sogar durchlesen, wenn ihr wollt, Pause drücken, Julius ist mein Name, und zerstören ist für mich Sahne, what the fuck ist das für ein Satz, aber ja, ist ein Geil, alles deine Originale, ja, alles meins, alles meins, alles aus meiner Kindheit, habe ich damals gespielt, bis und das hat meine Mutter gespielt, ist aus dem Jahr, fucking 1991, ich will das mal kurz festhalten, für euch, wir leben im Jahr 2020, 29 Jahre Leute, 29 Jahre, halte ich hier meine Hand, ich selbst bin bald 32, bedeutet, meine Mutter hat das gespielt, wo ich drei Jahre alt war, 1991, Alter, und das Spiel, die Karton erlebt, und genau das ist es, warum das so wertvoll ist, weil, wie gesagt, als Kind, man achtet nicht auf die Pappe, man schüttet seinen Scheißsaft drüber, und alles ist im Arsch, und deshalb ist es auch so teuer, weil kaum jemand, das dann halt im Originalzustand hat, es kann auch sein, dass es nächsten Monat schon bei 120 Euro ist, weil noch mehr Leute das zerstört haben, bla bla bla, aber es ist krass, es ist krass, ich kann es kaum glauben, 29 Jahre altes Spiel, also wenn das nicht retro ist, dann weiß ich auch nicht mehr, richtig geil, freut mich sehr, so etwas zu haben, und in so schönem Zustand, richtig geil, richtig geil, so, dann, nächste Game ist, auch ein 100 Euro Game, und zwar Titus, kennt jemand Titus den Fox, na wer kennt Titus den Fox, Titus, ein Jump and Run, ihr seht es hier, ganz klassisch, ein Jump and Run, ihr könnt es durchlesen, es ist einfach, ja, ein klassisches Jump and Run, es ist nichts Spezielles, es ist nichts Krasses, ist aus dem Jahr 1993, deshalb auch die 100 Euro, weil, ja, so eine Schachtel, auch wenn die jetzt schon ein bisschen mitgenommen ist, ist nicht mehr perfekt, trotz dessen, woher kriegst du denn, 27 Jahre später, eine originale Pappkarton Schachtel, Leute, wo kriegst du das denn, wo kriegst du das denn, nirgends, deshalb ist es auch ein 100 Euro Game, und muss sehr gut geschützt werden, aber ihr merkt schon, da ein 100 Euro Game, da ein 100 Euro Game, Pokémon Rot, 150 Euro, da kommt schon wer zusammen, wir haben ja noch nicht die 1000 Euro, aber es kommen noch zwei Spiele, das hat schon mal keiner von euch gekannt, wir sind interessiert in den YouTube-Kommentaren, kennt ihr das, habt ihr es gesehen, habt mal eure Meinung in die Kommentare, so, dann, was auch mal tun, kommen wir zu, dem zweit teuersten Spiel, mit Pokémon Rot, und zwar auch 150 Euro, Baby T-Rex, na, wer kennt's, da kommt schon, seid ehrlich, wer kennt den Baby T-Rex noch, mal ehrlich, wer kennt den Baby T-Rex, also bitte, tadellosen Zustand, also gar nichts, aus dem Jahr, steht das drauf, auch 93, auch 27 Jahre alt, man sieht das aus, wie 27 Jahre alt, auf jeden Fall ja, ne Firma begutachtet das dann, und die sagt dann, wie gut das im Zustand ist, und das beeinflusst, den Wert extrem, dann ist es wahrscheinlich unbezahlbar geworden, ne, aber derzeit, in dem Zustand, einfach so, 150 Euro, warum? Das ist mir das Problem, wie bei anderen Spielen, wie bei Titus hier, und zwar, dass es sich sehr schlecht verkauft hat, ne, wenn jemand, nichts kauft, ein Spiel nicht kauft, dann ist es natürlich nur eine kleine Auflage, die im Umlauf ist, auf der kompletten fucking Welt, ne, und Sammler, die natürlich zum Beispiel, alle Gameboy Spiele haben wollen, oder eben das Spiel geliebt haben, in ihrer Kindheit, sind natürlich bereit, einen großen Betrag zu bezahlen, um das wiederzubekommen, was sie hatten, beziehungsweise Sammler, damit die Sammlung vollständig wird, und da brauchst du auch Spiele, wie Baby T-Rex, die, jetzt nicht wirklich gut sind, aber halt, ja, in die Sammlung gehören, ja, und Baby T-Rex, du warst dann mit dem Skateboard unterwegs, wie ihr hier seht, aber auch zu Fuß, und hast den Gegner bekämpft, es ist nicht das krasseste, ja, überhaupt, aber, what the fuck, wenn die Kamera scharf bleibt, CDR 1993, es ist einfach krass, es ist einfach krass, also auch das hier, und das hier hat sozusagen den gleichen Wert, das hier, wegen der Seltenheit, und das hier, wegen der Nostalgie, und wegen fucking Clurak, ja, also es gibt immer verschiedene Gründe, warum etwas wertvoll ist, es muss man auch verstehen, und ja, aber jetzt, Leute, gründender Abschluss für heute, heute war, wie gesagt, nur dran, Gameboy Spiele, Gameboy Color Spiele, Gameboy Trance Spiele, und Gameboy und Nintendo 3DS, wir hatten Gameboy Color, wir hatten Gameboy oben mit, ähm, dem, dann hatten wir, oh Gott, so ein bisschen, dann hatten wir Gameboy etwas Spiele, zwar nur eines heute, aber auch, und, Turm bleibt stehen, wir hatten 3DS Spiele, Nintendo DS Spiele, also ohne 3DS, nur DS, die kommen auch noch, aber da fehlen noch die Verpackungen, da sind auch einige Schätzchen dabei, aber wir haben jetzt sozusagen, die komplette Gameboy Geschichte gesehen, in einem Stream, in einem Video, und ich werde es abschließen, mit meinem teuersten Spiel, ja, es hat mich selbst überrascht, aber ich kann es euch auch gleich, ähm, belegen und zeigen, dass es derzeit eben, das wert ist, was es wert ist, und zwar, derzeit, ist mein teuerstes Gameboy Spiel, das hier, falls ihr jemanden kennt, lasst mich in den Chat lesen, ihr könnt gerne mal im Chat raten, was denkt ihr, ist das wert, es ist ein Castlevania, kann man schwer lesen, weil das scheiß Sticker drauf ist, es ist Castlevania Legend, könnt ihr gerne mal schätzen, was das ist, könnt ihr gerne mal schätzen, drei Spiele wurden verkauft, zweimal nur das Spiel, da unten auch, da ist nur das Spiel drin, also nur die Kassette, kostet so viel, und das komplette Spiel, mit der Schachtel, mit der Anleitung, und dem Spiel, wurde verkauft am 1.5., gar nicht so lange her noch, um 350 Euro in Deutschland, what the fuck, ist derzeit mein teuerstes Gameboy Spiel, ob es mein teuerstes Spiel überhaupt ist, das werden wir noch sehen, in den nächsten Retro, ein Inboxing Streams, Inboxing, aber das ist derzeit mein teuerstes Spiel, belegt durch, wie gesagt, die Leute haben es gekauft, und da ist wie gesagt, auch nur das Modul drin, der hat nur die Verpackung benutzt, das Modul alleine geht so um die 60, 70 Euro, also was drin ist, das kleine Spielchen, und das komplette halt für 3.50, und ist somit mein teuerstes Gameboy Spiel, wenn ich den scheiß Sticker hier abbekomme, weil man kann das Logo nicht lesen, und das ist sehr schlecht, ist ein Castlevania, Castlevania immer schon beliebt, ihr kennt Castlevania, ist sozusagen Jump'n'Run, aber krass mit Fähigkeiten, mit Böse, auch von Konami, das haben wir heute schon mal gelesen, Konami stand schon immer für sehr gute, sehr spielbare Spiele, und deshalb ist Konami auch beliebt, auch heutzutage noch, Konami ist und bleibt weiterhin beliebt, und deshalb ist auch das Spiel hier so arschteuer, weil es ist ein Castlevania, eine Marke, die noch lebt, und die jeder liebt, es ist ein Konami Spiel, und damit hat sich die Sache schon, also wenn der Sticker unten ist, 350 Euro, und somit sind wir insgesamt, heute in diesem Inboxing Stream, Inboxing Video, ein sehr merkwürdiges Video, bei über 1000 Euro, die ich eingepackt habe, damit dir nichts passiert, ihr seht nämlich jetzt, allein schon mit dieser Hülle, mit dieser Plastikhülle, sieht es aus, als wäre es neu, allein diese Hülle, die macht schon so viel aus, die macht schon so viel aus, das ist um es hochwertiger auszusehen, genauso wie mein Clurac, auch hier, muss der Sticker ab, ist klar, also ich muss irgendwie noch eine Lösung finden, weil ich mich schlau machen, wie ich die Sticker abbekomme, aber ja, 53 Euro, 150 Euro, meine teuersten Spiele, plus natürlich dazu, wie gesagt, auch Baby T-Rex, 150 Euro, der kleine Racker, aber ich finde es krass, ich finde es krass, ich finde es krass, ich war selbst überrascht, dass es eben so teuer ist, aber es ist nun mal Fakt, und es wurde ja verkauft, weil ihr dürft euch nie, wie gesagt, auf irgendwas verlassen, wo steht, jo, er hätte gern zum Beispiel 1000 Euro, für das Spiel, das bringt euch nichts, es muss immer belegt sein, dass gekauft wurde, und das ist bei Ebay ziemlich geil, mit diesem Verkaufsbutton, dass man sieht, jo, das hat jemand am 1.5. für den und den Preis gekauft, also ist es das derzeit den Leuten wert, aber, das kann auch sein, dass wenn ich jetzt sage, jo, ich verkaufe das nächsten Monat, was ich nicht tun werde, und ich stelle es für 500 Euro rein, und habe Glück, dass der richtige Sammler, der richtige Käufer, das auch in der Zeit sucht, dann wird der es bezahlen, genauso wie bei den Gameboys, der Gameboy Advance, mit Originalverpackung, kostet so um die 75 Euro, ist nicht so teuer, der Gameboy Color, mit Originalverpackung, kostet so um die 100 Euro, und der Gameboy hier rechts, müsste es um die 140 Euro kosten, gerade, dass ihr das auch mal wisst, aber ist schon krass, ich hätte nie gedacht, dass Castlevania, mein teuerstes Spiel wird, bei den Gameboy Spielen, aber es kann vielleicht, noch teurer werden, denn, ich mache noch mal so ein Opening, so ein, nein Opening, ein Einboxing, mit Playstation 1 Spielen, Playstation 2 Spielen, Super Nintendo und so weiter, und da werden wir jetzt noch mehr Games angucken, wie unter anderem, oh Gott, meine riesige, Super Nintendo Box, ich kriege es nicht mal als Spiel drauf, das ist eine riesen Box, eine Big Box, Lufia auf der Super Nintendo, das war eins der geilsten Spiele, überhaupt, also da gibt es auch noch mal ein extra Video, extra Stream, gerne auf Twitch ein Follow dalassen, oder eben auch, auf YouTube, ein Abo, um das nicht zu verpassen, Leute, und ja, Super Nintendo kommt auch noch, meine drei Big Boxen, die ich habe, sind auch viel wert, nämlich, ich glaube, das kostet gerade um die 150 Euro oder so, dann habe ich aber auch noch viele, viele andere Spiele, natürlich, Super Nintendo, ich habe noch den normalen Nintendo, dann, wie gesagt, Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4, werde ich jetzt wahrscheinlich nichts einpacken, noch, Wii, die erste Xbox, alles wichtige Sachen, Wii und Xbox auch nicht zu unterschätzen, aber Playstation 2 und Playstation 1 sind, glaube ich, die Highlights von den teuersten Games, die man haben kann, aber auch Super Nintendo und wie gesagt, Sega ist zum Beispiel jetzt auch nicht so teuer, das, was ich habe, weil ich habe ja alles aus meiner Kindheit, alles, was ich gesammelt habe, wie gesagt, empfehlen kann ich die zwei Spiele hier am meisten von dem heutigen Opening, ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was gelernt, wie man eben auch den Preis ein bisschen nachguckt, für seine Sammlung, also ich würde euch an eurer Stelle jetzt raten, geht mal ein bisschen gucken, ähm, und passt gut auf eure Sachen, auch so wie ich, denn, ey, ich habe es geschafft, ein Spiel, 29 Jahre, durch verschiedene Wohnungen, durch verschiedene Umzüge, dies, das, Ananas, ähm, Umstände, am Leben zu erhalten, also, wenn ich es schaffe, ein Spiel 29 Jahre am Leben zu erhalten, vor allem den Pappkarton, dann kriegt ihr das sicher auch hin, Leute, oh man, ich wünsche euch viel Spaß jetzt beim Suchen, was ihr für Games rumliegen habt, so Leute, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, haut hart rein, ich gehe jetzt meine ganzen Bums hier aufräumen, ich habe hier eine Schachtel voller Plastikmüll, weil jedes Plastik nochmal in Plastik eingehüllt war, what the fuck, aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, diese Zeitreise, wir sind einfach mal fucking 29 Jahre zurückgereist, in meiner Kindheit und in die Game Boy Ära, eben, wie gesagt, von Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance und auch ein bisschen am Anfang 3DS, Leute, viel Spaß beim nächsten Mal auch, hoffe ich für euch, haut hart rein, wunderschönen Tag noch und ciao. Schönen Tag.